Herzlich Willkommen in Wels zur Raining Maturity 2018. Natürlich zu Ostern in der Show in der Neustadt. Da haben wir einmal probiert, wieder wie es heuer läuft. Hat gut ausgesehen, also waren wir guter Dinge. Die Messe Wels ist ein super Event, ein mega Event und ein riesen Kompliment an Otto, weil er das super managt und organisiert. Es ist eine tolle Atmosphäre und fühlt man sich wohl. Hauptsache schön und sauber, aber das wird nicht ganz reichen. Ich glaube da muss ich ein bisschen mehr Gas geben.